So Leute, und zurück zur letzten Folge von Schwarze Edition 2. Wir gehen dann mal weiter. Gucken wir mal rein, wo ist die Internet abgeschlossen. Machen wir noch da hinten lang. Gucken wir hin. Ich habe hier noch die Achterbahn gefahren. Ich habe hier noch was zu tun. Wir machen jetzt hier. Und hier? Ja! Ich glaube, ich könnte mich nicht öffnen, da. Oh, ich bin auch kein Bezug. Ich ziehe euch in die Juni. Schock für den hier vorne. Ich hab jetzt überhaupt nicht die Brauen vorne, Scheiße. Guck mal, ne Kalt für den rein. Ganz schlechte Linus, Gott für den. Ganz schlechte Linus. Oh. So können wir schaffen, dass er abweide bestimmt. Genau, noch eine Braut. Und jetzt, ja, ich hab vor, ja. Natürlich, schlechte Linus. Wo ist der Gegner? Ich habe die Säbera 주문iert. Wie ich schlage mir selber, das tut es. Heute war ich doch klein, das ist ein Säbera schlicht. Ich soll hier in die Säbera. Ich hab dich klein, danke. Was ist das? Ja, ich hab den. Was ist das? Der ist das? Was ist das? Ja, das ist das? Ich bin sicher, dass ich das nicht verstanden habe. Gott, das ist das DATE! Oh mein Gott! Oh, das ist echt schwer denn. Irgendwie glaube ich, wie alte Pädo ist. Lass mich nach zehn Jahre hin, nach zehn Jahren hin. Wie alt ist Pädo hier, oh mein Gott. Ein Zehn, lass mich hin. Ein Zehn, lass mich hin. Ein Zehn, lass mich hin. Ich bin ein Zehn. Ich bin ein Zehn. Ich bin ein Zehn. Das war ein Zehn. Ich bin ein Zehn. Fieder Alter, so ein Ohrdoch, so ein Ohrdoch Oh, doch, Ohrdoch Nein, das ist doch Ohr Hättest du schon mit dabei machen Du denkst er jetzt weiter Ich ziehe das heute noch mit einem Leberschirm drauf mit dem Futter im Oly-Late Um nicht weiter dem Oly-Late Kann ich mir nochmal die Eingrass-Vakage mit den Passanten reden Ah, okay. Radium. Antwärm. Fleisch! Fleisch! Achso, hab ich eine Idee. Ja! Ja, ich habe eine Idee. Nein! BGF? ich kann das Leben mit Pucco da hin Ok, mal warten, hab ich nicht dran gemacht Ich brauche mehr Interaktiver. Ich höre schon, die nächste zu sein. Ja, das war's. Man, das war's. Das war's. Ich bin der Angelemaier. 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 Ich habe keine Worte, es ist nicht Es ist ein Dürger Ich bin ein Dürger Es ist ein Dürger Das ist schon ein Schade, das ist schon ein Schade. Wir haben hier noch einen Hals. Wir haben hier noch einen Hals. oder kann ich die kann ich jetzt hier sagen wir mal ein löschen, ein dojo, ich brauche nur ein dojo ein löschen, ein dojo, ich brauche nur ein dojo ein löschen, ein löschen kann ich jetzt auch noch mal das scheitert, das ist doch ein Und ich glaube, wir können wirklich weitergehen. Und hier kommt wieder ein C. Er kann mit C++ kommen. Was kann ich denn machen? Kann ich so immer noch den Cranor kennen? Ja! Ich kann immer noch den Cranor kennen. Was hat Cranor? Wir werden so näher kommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein Windschlick. Oh, voll. Ich will sehen. Ich kann auch noch aufhören. Warum war es denn immer schneller als ich? Warum war es denn nicht schneller als ich? Oder war es denn eigentlich? Ich bin sicher. Ich werde jetzt auf die Level N20. Oh nein. So eine Bühne kann ich weiter machen. Krasselähmeln. Ich hab den noch nie. Ah, krasselähmeln. Shit, das ist schneller als ich. Das war die Bühne. Okay, prima ist ein X-Bottle über 30. Ja, wir sehen uns aus, ich kann nicht irgendwo flüchten. Lügeschlag. Lügeschlag. Und tschüss. Lügeschlag. Lügeschlag. Möchtest du noch da? Oh, danke. Lügeschlag. Ich bin ein Schuss. Das ist ein Schuss. Ich bin ein Schuss. Ich bin ein Schuss. Okay. Ich bin ein Schuss. Da ist auch kein Mann etwa... So, so war es... ich will so und drehen das dann wenn du gar nichts schlimmes Jetzt sieht es gerade unstrenglich an und man nimmt das alle 3 von der Sorte. Nächte mal einen Witz nach meiner Freundin. Ich kann das an einem Witz nach wahrscheinlich ein Witz nach. Ich kann das an einem Witz nachschauen. Ich kann das mal sehen. Ich kann das nicht hin. Das ist so schön, das ist klar. Also, sind die hier noch? Das hab ich zwar nicht mehr... Hier mal erst mal die Lange aus. Ich würde ihn ja mal ausspielen, weil ich glaube, wir sind zu langweilig. Und ist auch zu langweilig. Wir gehen einfach mal weiter. Hey, ihr da, was macht ihr denn da? Ich weiß noch gar nicht, ich stelle hier mal ein bisschen rum. Ich guck, dass ihr hier nichts gesehen habt, weil... Da kann ich nur überhaupt nicht sein. Das ist für unsere Wand, hier ist... ...und nicht so. Ich liebe auch nicht, was ich hatte schon. Ich liebe euch die Pokemon-Dream. Wir machen es mit einem Dater hier ein bisschen. Ich liebe euch die Pokemon-Dream. Ich liebe euch die Begräначала. Das war sicherlich nicht. Ich liebe euch die Begrä thé. Ich liebe euch die Begräunigung, ich liebe euch noch. Und ich liebe euch die Begräunigung, keine gehen. Ich liebe euch die beiden Sachen. Ich liebe euch die Begräunigung. Ich liebe euch die Begräunigung. und ich bin auf der Untersuchung ja ja, machen wir schon mal die Klasse noch kalt hehehe, ich bin auf der Stuhl und seitdem, ich bin hier vielleicht nicht mehr stört und dann sollte ich das Level 100 sein normal ich hab keine Chance mehr Level 100 was hat er denn die Vorjahrein gemacht in dem Spiel? ich brauche gar nicht alle im Dach, hehehe wo hat er denn trainiert? um 10, um 12 Wochen in der Zeit war der von uns 2 Jahre lang dann können wir es hinflogen so nett dann können wir es hinflogen ach, Geld 3, 4, 5, 7, 8 ich kann den Knochen wieder haben wir den anderen rum oh, wir sind ganz weiß Guck mal da. Wie geht es los? Das ist schon zu einer Entwicklung von unserer Nadal-Kletz. Hat die jetzt auch nicht gegriffen. nicht die werden nur noch öfter zu treffen, muss ich nur sagen ich muss was ich kürze ja, weil X-Fart ist, das ist super vertraut sich X-Fart hinschlipp ah, super hinschlipp das kann ich doch mal wieder mitbringen, falls ich aber nicht mehr drauf kann das kann ich nicht mehr mitbringen Oh, der Schmerz hat mir gedacht, okay. Was sie gehen, du weißt nicht. Was sie gegen zwei Kinder verloren haben. Und sechs Jahre müssen wir uns eben beugen. Dann würden sie wohl mal, für seinen Mutterspannungsmaß. Wir suchen auch ein Schmerz. Ich hab das. Ich kann fest den Biest damit nicht nur zur Wahlkraft gefallen. Nur der Mitwirk. Und wie haben wir es im Hintergrund? Ich habe zuerst gehört, dass viele Lou bei einer kleinen Schwester gestohlen. Dass sie eins als Geschenk bekommen hat. Ich war zur Zeit noch ein kleines Kind und konnte absolut nichts tun. Aber ich habe mir damals geschworen, stärker zu werden, um eines Tages doch etwas mehr zu kennen. Ganz schlecht, du weißt nicht, was du tust, also das. Oh. Wie wär's nicht klar? Ich fühle mich. Jetzt war der mit schönfleidig deine Kumpelknext aus. Wenn du nicht gestärkt worden bist, schlussst du mir im Kampf zur Zeit. Ich zähle, er kriegt das nicht. Er war manchmal stärker, als die Nerven ist. Ich gehe jetzt weiter. Ich will gucken was hinten aus. Hier haben wir noch. Die Sporthalle war hinten. Warum standen die nicht hier? Warum standen die nicht hier? Guck mal, hier wird's. Ja, jetzt geht's los. Hier will ich mir erstmal Level und dann nachher. Das müssen wir jetzt erstmal jeder machen. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Was soll ich sehen? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich habe meine Lippe in den Boden verstanden, ich habe ihn vorbeigehen, ne? Warte! Was ist denn? Ich habe mir das gehört. Komm mit! Gute Scheiße, ich habe ein bisschen schneller aus. Hm, das ist ja auch Taube. Ah, hier ist es. Schau mal. Oh, hier ist eine Lücke. Oh, hier ist eine Lücke, die man sehen kann. Irgendwas so wie hier. Na gut. Aha. Ein Pokémon. Ist ja ein Geist, das muss ich mal sein, wenn ich das nicht verstehe. Was für ein Pfund. Ich kann nur mit dem Schlauer. Und Lichter rein. So, jetzt könnten wir das hier falsch. Ich glaube, es war Puchero. Nee, Puchero war das nicht hier. Keine Ahnung, was ist das? Wir können es nicht mehr geben. Wir können es nicht mehr geben. Pichoschila war es. 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 Wir können es aber suchen zu fangen. Sternenschauung. Komm? Gal. Wir sind keine Lücke zum Auto groß. Dann untersuchen wir es weiter. Wir müssenehrАk'n anschlenen. Z угOL pumpkin machen. Super! Super! Ich bin mir extrem, dass ich es kann. Ich kann es trotzdem mit den Strukturen wieder sehen. Ich würde es lösen, aber wir wollen gleich mal fahren. Klasse! Kula wurde gefangen. Und dann wurde ich angelegt. So. Spitzenerwerden kann ich nicht haben, oder? Hoffentlich. Ich muss in meinem nächsten Programm weitermachen. Erstmal würde ich jetzt meine nächste Art DVM-Fliegen beibringen. Und jetzt scheinbar, es kann keine Ahnung, aber Ordnung, was sie brauchen, um vor uns einzusetzen. Selten. Sieh, die noch dabei bin ich. X-Platz. Ich muss gucken, was ist besser. Wind-Schnitt. 55. Fliegen hat 90. Sehr hart. Ich muss informieren, dass die Neuskarte ist. Physisch. Es ist. Es ist der. Es ist physisch. Schau aus meinem Stern, schau mal raus. Ja, das ist viel. Ich sag mal, guck mal, was Fliegen endlich ist. Ja, durch durchstecken ist jetzt nichts mehr, oder? Ja. 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 So was darf ich doch aus dem Versehen, da ist es nicht so keine Stimmung. Ja. So ist ein Toröner, oder? Ja. 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 Jetzt ist ein Seetangbärer, die hat allein allein. Seetangbeere! Was haben wir denn hier hin? Wir werden ja nicht laufen. Ich sehe schon, ich darf nicht zu weit laufen, denn... Ich denke, ich weiß, dass die Tür gar nicht erzählen muss. Jetzt werden wir noch mal bis hier hin laufen. Und die Uhr noch ein bisschen länger. Vielleicht kommen wir gar nicht hin. Nein, egal. Der Tür auf dem Gras ist ein bisschen länger. Und die Tränen, die nur noch... Die Vorteile waren immer noch halt. Also da, bis... Bis zum nächsten Mal. Tschüüüß!